Okay, weiter geht's. Ich weiß jetzt wie man weiter, was man hier machen muss. Also als erstes brauche ich einen Pilz, weil ich jetzt keine Kissen so schlank halte als kleiner Mario. Und ja, Final Messenger, wenn du das irgendwann siehst, ich küsse dir die Füße. Ich küsse dir richtig fest, deine saftigen Füße. Falsch, falsch, ähm nein, so meint sie das nicht, aber wegen ihnen habe ich das rausgefunden, was ich machen muss. Also, erst wieder zurückgehen. Wieder zurückgehen. Warte, wo war das jetzt? Hier, da. Und hier, da ist ja diese Öffnung. Und dann müssen wir jetzt hier rein. Und abwarten, bis das weg ist. Und wir kriegen einen Teddybär. Oder einen Waschbär. Wieso komme ich denn mal auf Teddybär? Und jetzt müssen wir da raus. Und kommen... Äh... Hier raus. Weil wir müssen... Ja, wir müssen unbedingt fliegen können. Hä, wollt ihr mich ver... Achso, das ist da. Okay, hier ist das Rohr dann. Ach, fick dich doch ins Knie. Und so. Dankeschön. Jetzt kommt der Boss. Und die Zeit läuft noch langsam ab. So. So. Langsam kenne ich sein Schema, wie er kämpft. Deswegen ganz easy. Vielleicht schaffe ich ja in diesem Part dieses Level. Sehen wir mal. Vielleicht schaffe ich das. Okay, das führt mich bestimmt zu diesem goldenen Pilz. Die Welt 6. Und wie ist die aufgebaut? Mit einer Tür. Okay. Achso, ich dachte schon, ich bin jetzt irgendwie... Ich bin jetzt irgendwie reingebackt worden. Okay. Okay. Achso, okay. Ähm, ja. So. Hä? Achso. Okay, jetzt muss ich so... Ja, das hätte ich gern geschafft, aber anscheinend wollte das Spiel mich nicht lassen. Und so. Fick dich. Okay. Jetzt wieder das gleiche scheiß Problem. Wieso, wie soll ich da hochkommen? Achso, okay. Verstehe ich schon. Achso. Okay. Jetzt komme ich... Willst du mich verarschen? Wie zum Geier soll ich da hochkommen? Ähm, okay. Wartet. Okay, ich habe es verstanden. Danke wieder, feine Messenger. Ich küsse diesmal deine... Kannst aussuchen. Ähm, okay. Okay. So. So. Jetzt wieder ein bisschen warten. Wir wollen ja nicht, dass ich irgendwie hier sterbe. Und so. Ähm. So. So. Und so. Okay. Okay. Das geht jetzt bisher gut voran. Verdammt. Ja, wie er gesehen hat, man muss so machen, um weiterzukommen. Ja, irgendwie... Und wie ich es verahnt habe, feine Messenger wusste ja schon davor, wie man das spielt, weil er das schon durchgezockt hat als kleines Kind. Oder als Erwachsener, keine Ahnung. Ähm. Okay. Dann jetzt so. Wie zum Geier soll ich das machen? Okay, ich hole mir den Pilz. Achso, okay. Hä? Hä? Warte mal. Ja, fick dich. So. Wartet. Okay. Ähm. Ich habe was rausgefunden. Und darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen. Man kann das hier machen. Das wusste ich nicht. Wieso wusste ich das nicht? Und? Ja, übertreib nicht die Lage. So. Die machen so viel Hackmack. Die machen zu viel Stress. Wieso muss die Musik so sein? Das macht mich voll nervös. Okay. Bitte sei das Ziel da. Bitte, 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 bitte. Oh, Glück gehabt. Noch in der Zeit. Zu Glück. Ein Leben dazu. Yeah. Gut so. Und drei Dungeon fehlen noch. Danach habe ich diese Welt auch fertig. Dann kann ich getrost die letzte Welt noch machen. Und die hat nicht so viele Level, wie ich weiß. Okay, sehen wir mal, ob ich die gebrauchen muss. Und? Okay, Wasserlevel? Anscheinend nicht. Hä? Ist das alles simp... Verdammt. Achso. Verstehe. Verstehe. Okay. Kein Problem. In dieser Welt brauche ich das nicht. Okay. Komm her. Und so rein mit mir. Und den Pilz will ich... Ähm, ich meine, den Stern will ich jetzt haben. So. 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 Kann ich da rein? Okay. Das muss ich schneller machen. Okay. Muss ich mir merken. Okay. Weiter, weiter, weiter. Ich will das noch in diesem Part noch schaffen. Da alles... Da kommt die achte Welt. Das mache ich heute auch noch. Das ist ja gerade nur 20 Uhr 46. Ist ja nicht so schlimm. Kann ich da noch schnell zu Ende machen. Kann ich da morgen vielleicht... Da kann ich morgen mit Donkey Kong weitermachen. Okay. Fast, fast, fast. So. Okay, geschafft. Kommt jetzt noch ein Gegner. Dann habe ich keinen Bock drauf. Und so. Ein Stern. Dankeschön. Puh. Okay. Es lag wirklich nur an den Eis... An das Eislevel, das ich ganz reingekackt habe. Und hier weiter. Die achte Welt. Und was kommt hier auf mich zu? Nichts Besonderes. Okay. Verdammt. Ach, ich mache einfach so. Was zur Hölle? Game over? Okay, 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 okay. Ja, verstanden. Ja. Weiter, weiter. So. Jetzt fliege ich ein bisschen rum. Einfach ein bisschen rumfliegen. Den, 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 den. Genießt ihr auf sich, Leute. So, was werdet ihr nicht jeden Tag sehen? Von mir. Den, 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 den. Oha. Heißen Kugelwerfer, okay. Ich weiß, es ist ein bisschen schicken, aber... Ich muss es machen. Juck. Yeah. Okay, dann fliege ich ein bisschen höher. Und ein Pilz. Yeah. Gut so, und 800 Punkte gehabt. Und was zur Hölle? Okay, weiter. Die achte Welt haben jetzt... Ach, ein Dungeon, meine ich, habe ich jetzt auch geschafft. Ich hole mir noch ein Item, was mir vielleicht helfen könnte. Wieso muss es immer so ein Hammerbruder sein? Okay. Okay, der Hammerbruder könnte vielleicht bei der Pflanze helfen, aber jetzt momentan nicht. Und da kommt schon ein nächstes, das nächste Schloss. Hm, okay. So. Wieso hat das jetzt mit der Schwanz nicht funktioniert? Den, 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 den. Ähm, wo zur Hölle bin ich Verdammt Ich glaube in der ganz falschen Richtung Verdammt Ich dachte, ich habe das jetzt geschafft So, da war ein Vierter Was zur Hölle Okay, dann muss ich hier Den, 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 den Okay, so dann weiter Okay, hier nicht So Verdammt Eine Feuerblume Ach, hier ist das, okay Okay, hier ist das Ziel Uh, geschafft Zum Glück, Leute Okay, ich werde besser und besser Ich freue mich schon auf den letzten Bossfight Der ist simpel Wie ein, ähm, den kennt ihr schon bestimmt Für die Leute, die schon früher schon als kleines Kind Ähm, Mario gezockt haben Du Scheiße Ja, es fängt gut an Es fängt gut an So Okay, komm Komm her Du ekliger Spasti Ich seh dich Du ekliger Kack Du ekliger Kack, Batzi Wieso muss das so sein Jetzt fängt das wieder an Mit den Gefäle Jetzt fängt das wieder an Dann werde ich wieder ausrasten Danach werde ich irgendwie cutten Oder gegen die Walle aber fallen Du scheiß Kack, Batzen Und die Feuerblume da unten Wartet auch schon gut auf mich Okay, komm Und die Feuerblume da unten 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 Vielen Dank.